Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 In Anbetracht dessen, dass Sting jetzt schon fast tot ist, werde ich mal zu Jetlag tauschen. Oh, wir von Team Rocket werden die Fossilien finden, die Pokémon wiederbeleben und teuer verkaufen. Immer diese Profitgelden, fast wie YouTube. Ach, wie kannst... Du hast nicht die geringste Chance gegen meinen Top-C, also gib auf. Yay, Jetlag hat nicht Level 17. Das gibt es nicht. Double-defeaktiv. Und mein Handy vibriert, da gehe ich aber erst gleich ran, wenn die Aufnahme vorbei ist. Stopp, Hände weg. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die fassigen können mehr. Das sehe ich aber anders, Miguel. Der hat einen Slimer, das ist echt ekelhaft. Kotzbrocken. Wall to Ball... Oh nein, nein. Nee, nee, echt nicht, oder? Ich hätte jetzt echt Angst, wenn das Finale... Smog-O. Smog-E. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Gut gemacht, Jetlag. Na gut, ich geb dir eins ab. Jetlag entwickelt sich. Damit haben wir jetzt unser zweites Entwic... Nein, unser drittes entwickeltes Pokémon. Was rede ich eigentlich? Also, ich schätze mal, Jetlag wird lange, länger durchhalten als meine anderen Topsies. Hey, nicht so gierig. Ich sagte, ich geb dir eins ab. Nein, ich will keine Ammonie. Doch, wenn ich so überdacht bin. Ich möchte einen Ammonie-Test diesmal. Ne. Oh, nö. Ich hab ein Gegengift gefunden. Das darf ich natürlich wieder nicht besitzen, also... Müll. Müll. Wir sind auf der anderen Seite des Tunnels. Mehr wollte ich doch gar nicht. Da sind zwei Fuzzis, die, glaub ich, kämpfen, aber... Ich trau mich da jetzt nicht hinzugehen, weil ich hab nicht mehr... Ja. Ich bringe meinen Mega-Heap bei. Mega-Heap ist cool. Statt Rauchwolke. Nun sind wir Freunde, was Sieber angeht. Seid es gehen eigentlich eher am Beginn, der dort drüben Dritte trainiert sieht. Nein. Ich komme später irgendwann vielleicht mal wieder. Hey, auf dieser Rute darf ich auch wieder ein Pokémon fangen, oder? Ist ja cool. War das TM5 jetzt schon wieder? Was soll der Scheiß mit der VM-Box hier? Brüller. Na, ist ja nicht gerade der Brüller. Okay, ich darf hier ein Pokémon fangen. Ein Radfratz. So gerne ich auch Radfratz mag, aber nicht... Nein, mag ich eigentlich nicht immer. Ich werde mir hier keins fangen. Damit ist meine Chance hier vertan. Und wir sind in Azuria-City. Auf meiner Reise bin ich der größte Trainer. Oh Gott, was redet ich? Ich habe kein Ressana. Ich kann kein Quakuzi tauschen, weil ich keins habe. Ich bin kein Sammler. Spaß. Nein, wir gehen nicht zu Misty. Stattdessen tausche ich... Radtrap auf Platz. Und geh. Kommt hier oben nicht gleich. Toll. Ist mir jetzt vollgebracht, hier reinzugehen. Ich will nichts überordnen wissen. Ich weiß alles überordnen. Ich bin perfekt. Hahaha. 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 Hi, Marco. Du bist also immer noch unterwegs. Mir geht es bestens. Ich habe jede Menge neue starke Pokémon gefangen. Zeig, was du gefangen hast, Marco. Sasuke. Oh. Genießt und gewonnen. Nice job, Radtrap. Oh, er hat auch einen Radfrazz. Wie süß. In Anbetracht, dass mein Pokémon fast tot ist, werde ich erstmal auswechseln. Komm zurück, los, Ding. Er hat einen Abra. Och. Schnucken nicht. Es macht... Was für einen Sinn hat das bitte? Sein Shigi. Es beherrscht mittlerweile Panzerschutz. Das macht es seinem unglaublich mächtigen Gegner. Wichser. Du hast Sting getötet. Ey, es kann nicht angehen. Ich habe schon wieder ein Pokémon verloren. Wie schlecht bin ich eigentlich? Wie schlecht bin ich eigentlich? Hey, es ist schon gut, du hast gewonnen. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir ein seltenes Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige als Einträge in Pokédex gebracht. Bill ist weiter als Pokémon nicht bekannt. Er hat das Pokémon Lagerungssystem für... Kannst du mir bei ihm bedanken? Na ja, ich hau ab. Mach's gut. Ach ja, genau. Du tust mir leid. Nein, wirklich. Du bemühst dich immer so ab. Darum will ich dir einen Gefallen tun und schenke dir das. Gummis-Dateine. Plappe Moby-Doo. Das ist für dich geschaffen. Ich brauche es nicht, da ich nicht die anderen schere. In Ordnung. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Tschüss. Ey, Leute, das trifft mich jetzt echt hart. Ey, wisst ihr, wie mich das ankotzt? Leb wohl, Sting. Fuck. Das trifft mich jetzt echt. Das trifft mich jetzt echt hart. Ich finde B-Wall cool. Also, leb wohl, Sting. Das Lock-Challenge sind echt brutal. Und an dieser Stelle beende ich auch den Part. Ich muss erst über den Tod von Sting und hinwegkommen. Also, Sting, das trifft mich jetzt echt. Das trifft mich so dermaßen. Bis zum nächsten Mal.